Hier wird eine gepflegte ca. 177 Quadratmeter große Bürofläche zur Miete angeboten. Es befindet sich in Essen. Verfügbar ist das Objekt ab sofort. Das Haus wurde 2003 erbaut. Das Büro verfügt über antistatischen Teppichboden, Netzwerkverkabelung und einen Personenaufzug. Untertitelung des ZDF, 2020 Auf Anfrage teilen wir Ihnen gerne den Mietpreis dieser Immobilie mit. Die Nebenkosten belaufen sich auf 450 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung.